ART NAMEN ach so imaginäre Namen DUM DILDUM 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 MEN DIM DILDUUM DILDUM 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 aber ich weiß wo und wo anhalten werden da 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 sehe ich sie schon ganz Elf der Dom in der Nacht Teuvo du sagst was ECKL 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 ist und wie sieht es euch so ach wie geht es euch so wer hat die Fragen weil die jetzt gerade eine komplette Diaries oder in unserer Nähe ne ich glaube eher die Fragen weil sie Angst haben weil sie so schlecht equipped sind dass sie sterben und sie wollen ach das ist ein Skelett und sie wollen jetzt äh sich ein bisschen in Sicherheit wiegen indem sie hoffen dass wir sagen wir haben auch nix ey das können wir doch mal machen wir können doch sagen ey wir haben doch fast nichts gefunden voll blöde Map und so willst du mal ein Mushrooms zu essen hab ich nix mehr zu essen nichts mehr nix nada niente ja äh da war doch noch ein Steak im Ofen oder nicht mehr ja da war noch ein Steak aber jetzt ist ja wahrscheinlich nichts mehr weil irgendjemand hat das sich rausgenommen egal ob Pascal oder ja ich hab mir auch vorhin was rausgenommen aber ich dachte da wäre noch was über gewesen keine Ahnung hurte wenn man geben wende wir in der ersten in der Region der erweite auch dafür aber ich gucke auch immer auf einmal ne auf einmal wird bei den Toruermannannannannannann Ja, ich geh jetzt auch zurück. Ich bin beim... bei der Base. Ja, ich... ich nicht, aber ich bin hier noch... Lo... oh, mhm. Oh, Harten. Ah ne, es war ein äußerst logischer Lichtpack, gerade der keinen Sinn ergeben hat. Ich lass Eis jetzt mal hier liegen, ne? Da ist jemand. Wo? Da ist jemand, da ist jemand. Da ist ein Zombiespawner, glaub ich, oder? Oben, ne, oben. Ja, wo oben ist einer. Okay, ich komm zurück. Virusprayer. Wo ist einer? Zeck mal. Wer von euch hat sich gemutet? Ja, hier oben... ja, ich war das. Hier oben irgendwo, da war einer. Komm mit, komm mit. Relics, wir töten den. Ja, ich komm mit. Wartet. Ich bin nicht so schnell. Ja, tatsächlich, da ist er ja. Ich muss mich hier erst durch irgendwelche Wassersachen kämpfen. Hier und dann schräg oben. Oh Leute, das ist assi, wenn ihr jetzt alleine den ganzen Spaß habt. Ja, wo bist du denn? Ich suche seinen Schrift. Ja, unterwegs. Ja, komm mit. Relics, komm mit. Das ist erstmal toll, wo wir sie einsammeln. Ja, komm erst. Ist ja eine Profäe, Teuvo kann man einsammeln. Boah, ich seh da oben, Zombie. Wie warnt ist denn der? Ich bin da unten, wo ihr eben auch wart, nur dass ich noch ein paar Meter weitergelaufen bin. Ja, ich bin schon unterwegs, aber die Wasserströmung macht einem nicht gerade einfacher. Ich komme dir entgegen. Sehr nett von dir. Piep. Lol, das Lava. Nein, ich will nicht in die Lava. So. Ja, komm. Hier, so. Wo? Na also. Boah, das Wasser ist ein bisschen nervig. Da daadaadaadamn. Da de 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 damn. Ja, genau. Läufe. Genau, ja. Läuft in mir,�ädanemmm. Wo läuft ihr lang? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, zurück. bach lang. Dann hier so, 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 hier so. Ich laufe da zusammen mit Pascal hinterher,der tante bestimmt mehr Ahnung. Ja, welche Level seid ihr eigentlich grade? Wo? Ich bin Level 3. Hähähähäh. Ich bin geht, komm wir gehen jetzt rum. Ja, hast du noch was zu essen? Ich bin so overpowered. Ich hab Diamanten und Eisenerze und alles mit. Du hast Diamanten? Wie viele? Zwei. Zwei. Mach mal ein Schwert, komm. Ja, hier, ich geb dir die. Und was machen wir mit dem Eisen? Ich hab kein Holz. Ja, wieso? Jetzt hab ich die Diamanten, aber jetzt hab ich keinen. Und ich hab keine Spitzhacke. Na, ich hab dir doch ge... Oh, mach doch gleich wieder alles kaputt. Damit man nie angreifen können. Ah ja, das war sehr gut gesetzt von mir. So. So, so... Oh, ich hab vorhin vergessen, ob PvP aus ist. Ich wollte gerade mit meiner Schippe nachgeschlagen. War's PvP aus? Du meinst PvP ist an. Ja, ich hab gedacht, PvP ist aus. Ach so, ja. Weil ich hab's vergessen, sozusagen. Guck, ich kann ja mal austauschen bei Relics. Na, 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 jetzt. Das war ein Witz. Ich hab nicht volle Keulen, deswegen. Du hast mich volle Keulen. Du bist ja gerade voll einem... Was hast du denn gesagt? Du bist ja gerade voll einen am Keulen? Ja. Hier, du kriegst hier nochmal was. Einen Huhn. Mehr kann ich dir auch nicht geben. Ich brauch auch selber noch was. Ja. Lassen wir jetzt so. Komm, ist egal. Warte, warte, warte. Sollen wir hier noch irgendwie... ... kurz so eine kleine Falle bauen? Mit Lava? Ja. Nee, aber die sieht man. Lava sieht man zu sehr. Warte, ich hol Lava, ja? Es geht einfach nur runter, dann. Mach mir einfach... Ich hab Lava. Nee, mach mir einfach, es geht nur runter. Aber ich denke nicht, dass das... Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Warte, komm, wir tun da Lava rein. Ja, aber selbst wenn, da geht keiner rein, weil er hier dann versucht, langzulaufen. Warte. Das wird nix. Nein, wir machen das auch nicht, sonst fallen wir da noch nicht mal rein. Ja, mach du das mal... Mach mal wieder zu. Und mach das weiter oben, wo man noch nicht hier abbiegen kann. Da, wo noch Cleanstone drumrum ist, weil sobald da Cobblestone ist... Oder wir brennen den ganzen Wald an. Ja, auch. Können wir auch mal machen. Ja, komm. Dann haben die Leute auf jeden Fall keine guten Versteckmöglichkeiten mehr. Du weißt nur, der eine, der auf einen Baum gebaut hat, bei deiner Folge... Mit... Das sind alles meine Folgen. Mit dem Holz, äh, Haus. Ja, das war ein bisschen auffällig. Okay, der war beim ersten Mal dabei, der hat so gedacht, wir haben euch mal ein schönes Haus. Ja, sah nicht schlecht aus, nur weil es nicht so zweckdienlich. Hier ist bestimmt irgendwo jemand. Ja, selbst wenn. Drei Typen, von denen zwei Diamant, äh, Brustpanzer haben und einer, äh, wenigstens noch ein Diamantschwert. Noll! Einer weg. Jawoll! Yes! Wieso schreibt der Yes? Einer weniger. Und weg. Das heißt, das ist ein Team mit zwei Mann, ne? Ja. Ein Team mit zwei Mann und ein Team mit drei Mann. Und wir natürlich. Ich könnte wenden, die haben wir mit acht nicht gemacht. Ach komm, ihr habt schon Dier-Rüstung. Also, Teile. Ja, oh mein Gott. Okay, ähm, Vorsicht. Ganz, ganz sanft. Will er mir jetzt sein? Achso, doch, fackelt an, okay. Ähm, wir fackeln jetzt hier mal ein bisschen den Wald an, okay? Okay. Nur damit... Warte, toi, ich geh weg, Relics so. Jo, ich rote ich so. Zündet euch jetzt nicht gegenseitig an. Ja, aber nur Lava und so. Oh, geht nicht. Aber Lava hätte ich gerne schon. Relics so hinter uns. What the fuck? Ja, das ist... Alter, schieb mich doch klar in die Lava, ск! Ja. Eee, ne, 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 ne... Ah, ich nix nicht. Eee, ne, 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 ne! Ja, das ist gut. Du wärst jetzt Teuber eigentlich wieder der Spricher. Ich bin hier alles am Antzünden. Was denn sonst? Ich würde jetzt hier gerne mal Lava pflücken. Alter, kann ich hier irgendwie so wegnehmen, hier so... Ich würde gerne auch noch Lava einmal... Jetzt geh감을anychso calls dich nicht, du Assi! Alter, wo seid ihr denn hier hin? ich bin noch da wo du das erste mal Feuerzeug eingesetzt hast ich sehe die Lava ja dann bist du auch irgendwo dann rennt da alles wo bist du denn? ja an der Lava, da und wie sollt ihr im Wasser rutschen? ja weil hier meiner ein bisschen angegriffen wurden komm ich nie hier sagen ich bin Pascal, schiebt denn auch nix in die Lava wieso macht ihr hier Lava hin? Ist doch dumm ja gell ja eigentlich müssten wir die Lava einmal mitnehmen und damit angreifen, aber okay, egal nicht so wichtig meint ihr die sehen, dass das alles brennt? äh wenn die irgendwo in einem anderen Biom ist, was ich glaube, dass die da sind ne aber ich weiß ja nicht ja dann, gehen wir mal weiter ich weiß nicht bis auf welche Distanz man was hört hier äh höher die wusch, die wuschelt die brenntet? brenntet boah jetzt laufen wir voll ineinander rum, so, Alec geht mal vor sagt, gebt vor, wir wollen langlaufen vorsicht ich würde einfach mal sagen, raus aus dem Dschungel, weil ich glaube irgendwie, dass da nicht viel los ist äh hier ist Cobblestone, Leute ja da war ich boah ich würde vorschlagen, hier mal zu suchen, weil hier ist ganz schön auffällig hier zu bauen hä, wieso war hier Holz, hier, wieso ist hier Holz weg überall, guck mal hier ja eben, das meine ich ja ja weil die Leute hier wahrscheinlich nicht abgebaut haben, ne ich glaube, dass hier welche sind guck mal, und wieso ist da Kies oben, da waren die bestimmt auch, die wollten dann nach da oben ja lass mal da lang gehen ja da oben ist Cobblestone ich sehe da oben Cobblestone komplett gebaut, irgendwas, also so ne Art Fläche mit Cobblestone ne, da hinten nicht, das ist aber auch alles so gerade abgehackt, oder liegt das gerade an meiner Render Distance seht ihr das da hinten auch, dass da oben einfach alles gerade abgehackt ist ah ne, lol, jetzt hat der Baum sich aufgebaut ja, da war gerade jemand äh, da oben ist Cobbl ja, hab ich doch gesagt er hat sich gebückt er hat sich gebückt machen wir auch, oder hat er das schon gesehen? da ist jemand, da ist jemand da unten unten im Berg da war jemand einfach töten, lass uns hinlaufen hier ist Zombiefleisch kannst du noch mitnehmen hier, warte mal, hier ist mach mal weg ne, da ist doch mal nicht da auch nicht irgendwo hier haben die ihr Haus hm 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 ja, hier ist doch Erde schau doch mal nach ja, hab ich ja weggemacht gerade da ist nix komm, Vorsicht ich geh mal hier kurz gucken ja, okay lass uns mal, ich geh mal rüber zum Cobblestone, okay? ja, genau, da hinten das ist schon relativ wahrscheinlich ja, hier ist alles voll mit Erde und so oder das ist ne Ablenkung ach, die jetzt hier irgendwo stehen und dann aber die wollten hier ein Haus bauen sieht man, die wollten hier ein Haus bauen ja, hm ich suche irgendwelche Namen, aber ich find jetzt auch keine du hast jetzt eben Namen unten im Berg gesehen, oder was? ja, ich, entweder war ich jetzt hier irgendwie komisch, oder? wartet mal, schauen wir mal hier schau mal hier, weil hier das ist so komisch irgendwie jetzt so auffällig hier, was die hier weggemacht haben aber darunter ist Cleanstone den haben die wahrscheinlich nicht selber gehabt ja, dann gehen wir doch da hinten in den Berg, keine Ahnung keine Ahnung, warte mal ist unten der Eingang? ja, da unten ist ein Creeper, doch da unten könnte es reingehen, siehste? mhm wo das Skelett ist und der Creeper hier links ja, können wir mal hin, aber die Frage ist halt nur, ob die da wirklich sind wieso kannst du dann essen? ja, ich hab jetzt auch nur noch ein Steak äh, hinten ist ne Kuh hier ist schon jetzt so cool, seht ihr die Kuh? hierher und so Leute ja, passt schon wie immer naja, ne, ich komm hier nicht mehr weg ähm Aua hier ist mal ganz auf dem Berg vielleicht ist da oben irgendwie ein Loch oder so und da fallen die dann rein und da unten ist Wasser schau mal bezweifle ich zwar da ist hier oben, warte hier ist irgendeine Scheiße gebaut worden mit und rein Alex, wieso bist du da ganz da hinten? weil ich die Kühle dachte, weil ich Essen brauche ey, hier geht's rein, oder? ey, hier geht's rein, glaub ich warte wir haben hier zugebaut komm, geh weg ich muss das Wasser hier erstmal wegkriegen so, ich hab genug Essen wieder ich komme, wo seid ihr? wo seid ihr? wo seid ihr? da unten ist nur ein Zombie ich komm zu dir hoch, ja? wartest du? ja Alex, kommst du hoch? ah ne, da unten ist noch eine Kuh, oder? ja, ich bin da oben egal, musst du wissen ähm, ich laufe zu dir die, ja, die ja, ja, ist egal ähm ähm so, wo bist'n? ich oh ne, hier ist auch irgendwie ein bisschen hier, da, 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 im Wasser hier so, unten da oh, war da hinten grad ein Name? ne, doch nicht ich dachte schon ist die Kuh hin? hier war irgendeine Skulptur oder sowas gebaut aber da geht's da war ein Loch, da hab ich so gebuddelt aber da ist wieder Cleanstone naja vielleicht haben sie auch mit Cleanstone zugemacht könnten sie schon haben nach der Zeit werdet ihr mal da oben warten? da ja, ich bewege mich jetzt nicht, weil ich gerade Zombiefleisch gegessen hab, um mein letztes Steak nicht zu verbrauchen ich hoffe, jemand hat mal so ne Workbench und so dabei und ein bisschen Kohle oder sowas sie sieht schlecht aus weil ich hab sechs sieben Fleisch dabei kommen wir jetzt erstmal hier wieder hoch schuppdi-dupp-dupp-schupp hat er jetzt gar nichts gebracht das ist cool, ah ne dieses blöde Zombiefleisch-Tessen hat er jetzt überhaupt nichts gebracht verliere er noch was ne, ich hab noch Hunger, dann darfst du dich nicht bewegen ja, ich hab mich nicht bewegt, hab trotzdem anderthalb Essen wieder verloren jetzt hat mir nur eins gebracht oder so ähm, jo, Alex, bin bei dir da unten ist wieder nur so ein blöder Zombie boah, ich weiß nicht, die sind so ich weiß nicht, die sind so ich weiß nicht, die sind so über der Bedrock-Schicht voll am Diamant-Farmen bestimmt mhm gut Drogen wär geil jetzt ich soll mal schreiben, denk da, wir sehen euch nicht jo, mach da bewegen die sich nur so üblich so oh, wirklich, nein, was, wie, ja, warum wo bist du jetzt eigentlich, Teuro, ach, da hinten gucken warte mal, ich mach jetzt hier mal Essen und so jo, mach das gut, dass ich den Ofen mitgenommen hab roi, wo kommst du, mal kurz dir das angucken äh, ja, bin gleich da was ist denn hier? oh, warte mal oder warte mal, soll ich das vielleicht lieber schreiben? denkt ihr, was ist das? ja, guck mal, da hatten die irgendwas gebaut zeig mal und da war ein Loch, ich hab da jetzt ein bisschen vergrößert amas ach, hallo loll, Wetterschaden bekommen ach, hallo ok ich bin grad ein bisschen gestolpert Ich hab das Fuh-Fuß gebrochen schlimm ne, ich denke nicht, dass hier irgendwas ist warte, oh, so Ah, der war mit meiner Schippe. Ich könnte dich jetzt mit meinem Stein da runterwerfen, aber mach ich nicht. Du kennst mich ja, ich bin ein herzensguter Mensch. Na, sicherlich. Hat man ja schon in einigen Adventure-Maps Parts gesehen, ne? Ja, aber normalerweise meine ich. Alex, hinter dir, Zombie, Vorsicht! Kämpf doch mit dem Eisenschwert gegen die... Ja, der hat jetzt, wenn du, Eisenschwert gedroppt. Ja, okay, warte, dann rüste ich jetzt.